Hallo, mein Name ist Willy Wonka, ich bin hier bei Hedwig zu Gast. Das ist Hedwigs Burg und Hedwig, die Großherzogin von Bayern, verwandt mit Kaiser Friedrich III., als auch mit Ludwig Maximilian I., ist heute Abend mein Gast hier in dieser Burg, inklusive diesen großartigen Menschen hier um mich herum. Und jetzt gibt es eine kleine Willy Wonka-Performance mit World Bang Beats. Viel Spaß! So Kinder, ihr dürft jetzt mal hier die Tickets verteilen. Das sind die Tickets. Darf ich hier mal eine Staple Tickets geben? Bitte einfach mal jedem, der hier steht, ein Ticket geben, weil ohne Ticket keine Musik, denn Musik kostet was. Ja, das sind die Tickets. So Kinder, helft ihr doch, rennt rum und gebt jedem Menschen ein Ticket. Da gibt es mal, Sport magst du auch rumrennen? Hier, rennt da auch ein bisschen rum. Können wir da mal ein bisschen Bewegung in die Hüften sehen? Da vorne auf die Reihe kommen wir mal ein bisschen näher, Ich weiß nicht, dass ich das besser sehen kann. So, jetzt bewegen. Links, links, rechts, rechts, alles hinfasst, gut gespeckt wurde. Links, jetzt links und rechts, rechts und rechts. Das ist der Zauberstab. Habt ihr gesehen, wie der Musik macht? Auf einmal kommen da Töne raus! Ja Wahnsinn! Aus meinem Hut kommt gleich ein rosa-rotes Kaninchen raus! Sie hat mich so schaust, da kam kein rosa-rotes Kaninchen raus! Das ist ganz schön anstrengend, um die Karinelle zu pusten. Sie haben keine Ahnung. Also, einmal probieren wir es doch mal! Schiff, schiff, rechts, schiff, rechts, schiff, rechts! Absage-Grundung Abwärts, schiff, rechts, 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 rechts... ...verwärts, rechts, rechts! Du hachst, rechts, 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 rechts! Halt! Passierscheine bitte! Komm, etwas was nehmen über die Brücke! Sehr gut, sehr gut. Ja, dann werden wir modern. Halt, Schneebleiben. Hier kommen wir nicht über die Bühne. Wir sperren. Drücke bitte sperren. Bitte sperren. Bitte absperren. Bitte absperren. Danke schön. Bitte absperren. Ja, sehr gut. Schön auch mich. Absperren. Genau so wie die Nachtmache. Ja, meine Damen und Herren, das Alter hat es Ihnen vorgemacht. Wo sieht es aus, wenn man sich bewegt? Hallo? Das ist hier Friedsmusik. Das geht zum Fluch. Kinder, könnt ihr euch gewinnen wie Sport und Drei? Geil drehen. Juhu. Eine Gellande, Drei. Kommt ihr näher an der. Kommt ihr dann hin. 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 Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Machen wir das. So. Für das erste gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Ist noch jemand da? Willst noch jemand mehr? Applaus bitte hier. Rote Kiste. Einfach die Coins jetzt reinwerfen. Per QR-Code. Bitcoins überweisen. Alles möglich. Los geht's. Dankeschön. Applaus. Danke. Willi Wonka mein Name. Vielen Dank. Danke. Jawohl. Tschüss. 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 Vielen Dank.